Hallo Volksoh und willkommen zurück zu Zofpaccia. Ein krankes Tier, ein Tier ist krank geworden, sprich mit Aida. Äh, extra. Die Dalkrauben mit den Mau, ja. Sieht so aus, als können auch die Tiere dann, die mit uns leben, krank werden. Ich werde dir ein paar Tinkturen beibringen, die du selbst herstellen kannst. Die werden deinen Tieren helfen, sich im Blut zu erholen. Die meisten ihrer Zutaten wachsen hier in der Medizin. Aber wenn dir welche fehlen, können wir in meinem Medizinkasten nachschauen. Die Dalkrauben ist fest entschlossen zu verstehen, warum Paccia uns gerufen hat. Mal schauen, welches Tier krank ist. Die Dalkrauben sind auch in der Medizin. Die Dalkrauben sind auch in der Medizin. Die Dalkrauben sind auch in der Medizin. Der Verteil ist auch in der Medizin. Ich habe da eine große ganze Bewege für Malen gefunden. Die Dalkrauben sind auch in der Medizin. Seine Zufriedamelin gibt's die von dem bei einen der Medizin, hier ist die bedrohenden Luft und Gülen- und der medizin. Wortearben ist auch die Werkung zum Kleingchen, Die Dalkrauben ist auf páginas genützt. Kaltung gegen Bauchschmerzen Alle Floschschutzmittel Alle Öle Öle Verklebt Ich will die Kippe da aufziehen Verbrauch ich Ein Öl Mehr Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.